Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das hier ist ein Video zu einer 30-Tage-Foto-Tallenge. Tag 26, nächste Aufgabe. Ich bin gespannt, was so noch kurz vor Ende so an Aufgaben da im Pöttchen sind. Nicht mehr viele. Nehmen wir die hier. So, so umran. Was wird es wohl heute sein? Sagen sie rum. Schleppend. Schleppend? Okay. Schleppend. Was mache ich mit schleppend? Ich habe viel darüber nachgedacht, was könnte ich zu schleppend machen. Aber das, was mir eingefallen ist, sind zum Beispiel Schnecken gewesen. Ich habe jetzt aber kein Schneckenhaus gefunden. Ich habe auch keine lebendige Schnecke gefunden zu der Jahreszeit. Also blieb mir nichts anderes übrig, auf andere Wege schleppend darzuzeigen. Und da fiel mir ein von meiner Oma, von meinem Opa, die Gehstöcke. Jemand schleppt sich voran. Ich habe das. Ich habe das. Schleppend. Ich habe das. Bis zum nächsten Mal.